Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Montag den 18.01.2021 und unser DAX hang am Freitag auf dem Stein fest, beziehungsweise am Donnerstag, ja, dadurch hat mir die kleinen Schildkröte gezeigt, die auf diesem kleinen Stein saß, die man doch entweder mal dort wegtragen oder eben ins Wasser stoßen sollte und das war glaube ich für alle ersichtlich, dass der DAX nach unten abgetaucht ist und das dann sogar deutlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, so nach den ersten zwei Stunden hätte es mich auch persönlich nicht gewundert, wenn es den bis 14.100 durchgeschoben hätte. Dieses direkt in den Gap Close reinarbeiten, die auch recht konsequent, recht stark, ist eher eigentlich, also es hat nicht unbedingt für die bärische Seite gesprochen, ist eher mehr ein Entspannungssignal gewesen, wie soll ich sagen, das hat einfach ein bisschen Druck rausgenommen. Hinten raus, dann trotzdem was passiert, dass der DAX sich oben über die 13.69 einfach nicht drüber winden konnte und dann halt wieder umgekippt ist. Und hier unten ist dann was passiert, wo wir die ganzen Tage eigentlich drauf gewartet hatten. Unten die 13.88 per Stundenschluss, da hat er ja weiß nicht wie viele Tage sich jetzt drum herum gescheut, zum Freitag ist es dann eben gekommen und dann hat es ihn auch hier Stück für Stück halt noch ganz schön durchgeknallt. Wir hatten unten Ziele 6.70, 6.50, ihr erinnert euch, 6.70, 6.50 als auch 5.70, es ist die 6.70 schon geworden, auch recht punktgenau, hat er das erste Ziel dann mit unterbieten der 8.80, die er dann auch erreicht, auch unterm Trigger sogar noch gearbeitet, auch wenn wir das durchaus hier sehen und auch ansprechen müssen. Der ist hier nicht so richtig nachhaltig, noch drunter halt, ne? Sieht noch kampfeslustig aus, hat auch hier recht, recht träge in der Erholung gewirkt, das kann durchaus bedeuten, dass man hier vielleicht nochmal einen Tief sieht zum Montag, aber ich muss mal ganz kurz gucken, ich glaube es ist Feiertag bei den Amerikanern, warte dich. Ja genau, es ist Martin Luford King Day bei den Amerikanern, also wird dann nicht ganz so viel passieren, beziehungsweise ist es signalseitig dann wahrscheinlich nicht ganz so viel wertbar. Das sollte aber unten raus das Risiko jetzt nicht relativieren, bitte, ne? Also wenn der weiter fällt, passt da ein bisschen auf. Der kann, der hat, ist in einer Situation, glaube ich, wo die Leute wirklich ein bisschen im Kieker hat und wo er sie auslutschen kann. Ich möchte euch hier jetzt nochmal ein bisschen was, also wir hatten ja darüber gesprochen, wir hatten hier mal so zwei blaue Kästchen gezeigt und hatten gesagt, also wenn er das macht, dann wird das wahrscheinlich eine schnelle Abschlussbewegung, die muss aber zügig kommen, die muss mit ordentlich Druck kommen, weil es wäre dann eine C-Welle, also eine ABC-Bewegung, ABC wäre das dann quasi, dass die dritte Welle dann recht dynamisch kommen müsste und etwa dieses Ausmaß annehmen würde von diesem Kästchen, was wir hier hatten. Wenn ihr das jetzt so seht, von diesem Hoch auf das Tiefpass, das ganz genau, also da muss man jetzt wirklich ein bisschen aufpassen in dem Moment, wo das jetzt nämlich nur eine ABC gewesen ist, also ein dreiteiliges Korrekturmuster und der DAX fängt jetzt wieder an, nach oben zu treiben, dann hat er hier fertig jetzt erstmal halt, ne, und dann kann er von hier jetzt auch wieder ein ganzes Stück nach oben drehen und wahrscheinlich sogar über die 14.100, deswegen ist der Montag schon recht wichtig, auch wenn signalseitig ich da eine Klammer drum machen würde, ne, also wenn uns der DAX am Montag hier zum Beispiel in dem Bereich schließt um 700, vielleicht 670 und nicht hier markant runter und zum Dienstag stellt er sich grün lang raus, den würde ich ihm eher erstmal nach oben raus die Chance geben, weil das ist möglicherweise ein Korrekturende, auch die Dynamik, die er gebracht hat, wir haben typische fünf Abwärtswellen, also drei Abwärtsstränge, das ist der erste, das ist der zweite, der dann bei Gap kam und dann haben wir hier den letzten, den dritten, hat auch immer schön mehr aufgepauscht, sehe ich halt, ist immer größer geworden, das sieht schon recht stimmig aus für fertig unten, aber fertig unten bedeutet, dass wir auch Action oben sehen müssen halt, ne, also nicht, dass ihr jetzt hier am Montag sagt, naja, der Markt steigt jetzt wieder über 14.100, dann kommen rote Kerzen und ihr haut da dagegen, das ist nicht das, was ich euch jetzt hier mitgeben will halt, ne, wenn da rote Kerzen kommen, dann ist es wahrscheinlich sogar richtiger, die roten Kerzen auch noch zu nutzen, weil wenn der nämlich hier unten noch durchboxt, 650, 570 und er macht dann auch hier das tiefere Tief, also dann müssen wir tatsächlich dann auch über Ziele sprechen, die dann um 4,50, 13,200, 13,2... So, ich hab das stumm schaltet, hast du nicht ganz so schnell getroffen, musst du kurz niesen, Entschuldigung. Genau, dann sprechen wir auch ganz schnell über Ziele hier unten, um die 13.300, 13.200 bis dann vielleicht auch auf eine verlängerte Achse von den zwei Tiefs, das wird hier so im Bereich um 13.150 liegen, das heißt, wenn der Bereich hier bricht, der ist schon wichtig, halt, ne, das sollte man nicht unterschätzen und demzufolge sollte man da jetzt auch nicht zu viel Aggressionen auf die Longseite aufbringen, in dem Moment, wo die Käufer nicht großartig Aktionismus zeigen halt, ne, also da wirklich aufpassen, dass ihr das nach oben schön treiben seht. Bei den Kryptos haben wir ja auch Abgaben gesehen, das wird immer interessanter, wie Synchronen die teilweise jetzt auch schon laufen und wie es die auch jetzt zum Beispiel am Freitag mit nach unten geledert hat, ne, also normalerweise hat man ja gewisse Baskets, Überfonds und so weiter auch, dass halt, das ist immer was, was viele nicht so richtig greifen oder verstehen wollen, dass so beispielsweise, ich sag jetzt mal einen Dekafond, der investiert halt in so und so viele Titel, da sucht er sich ein paar schöne raus, meistens die mit der höchsten Marktkapitalisierung pro Branche, packt das überall was rein und wenn da neue Gelder reinkommen, wirft er das Geld dann dort in den Markt. Da ist natürlich auch eine Aktie drin, die im Dow Jones ist, da ist eine Aktie drin, die im DAX drin ist, da ist vielleicht auch eine Aktie drin, die im Kakarant ist oder im Nasdaq oder im S&P und dadurch hast du natürlich bei Markt Liquiditätsrausnahmen oder Reingaben, also wenn neue Liquidität reinkommt, sprich wenn Kunden Geld investieren in Finanzprodukte, hat man häufig, dass die Indizes sich dann relativ gleich auch bewegen, gleich steigen, gleich fallen, das sieht man sehr, 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 sehr oft und das Interessante ist jetzt hier halt, was immer stärker jetzt wird, ist, dass die Krypte sich da mit Synchronen bewegen, wie als wären die schon Teil solcher Anlageprodukte, ich finde das schön, ich würde das auch begrüßen, aber es ist sehr, 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 sehr auffällig, also erweckt schon fast eher den Eindruck, dass dann doch die ein oder andere Vermögensverwaltung schon diverse Produkte eben bereitstellt, die Kunden ermöglicht auch parallel vielleicht noch mit 15 Prozent vom Portfolio in sowas da rein zu machen, also sehr, sehr, sehr auffällig und wir haben das die letzten Wochen immer wieder besprochen und immer wieder angesprochen, gerade vom Wochenende zum Montag, dass die Bewegung auf den Kryptos oft schon ein bisschen indikativ war für das, was dann eben gekommen ist, so und wenn ich da jetzt hier drauf gucke, sind die Hauptindizes jetzt, Hauptindizes, sage ich schon jetzt, die Hauptwährungspaare bei den Kryptos nicht ganz so bewegt, unten, so im Altcoin-Bereich ist an der einen oder anderen Stelle doch deutlicher Geld reingekommen und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es den DAX erst mal vielleicht nicht ganz so doll aus der Verankerung wirft, was natürlich, was man ein bisschen beachten muss, ist, dass der nachbörslich halt auch die Amerikaner auf den Futures haben nochmal gut nach diesem Close hier nochmal gut ein bisschen nach unten gezuckt, so in dem Bereich um das Tiefrum halt, um die 700, 670, das heißt, es kann durchaus sein, dass der DAX halt hier eröffnet, nicht weil er übers Wochenende massiv verkauft wurde, sondern weil wir hier in dem Kurs bis 22 Uhr einfach das nicht sehen, was in der halben Stunde danach noch passiert ist und da wurde der DAX nochmal ein bisschen runtergestellt, das heißt, das wäre jetzt so meine Erwartung, dass er dort halt eröffnet und vielleicht einfach zur Seite sich stabilisiert, vielleicht mal die 650 anklatscht, zu 570 vielleicht noch, wenn dort aber schon wieder deutlicher Gegenwert zeigt, ich darf auch gerne mal einen kurzen Dip drunter machen, dann eine fette grüne Stundenkerze und dann kann man da schon mal einen Long probieren, aber auch wenn er hier unten in dem Bereich halt schöne grüne Kerzen nach oben streckt, würde ich auch Long probieren. Ansonsten Rücklauf von der Bewegung selbst, den haben wir schon gesehen, das war die 13.800, da hat er sich sehr lange mit beschäftigt und am Ende sogar nochmal nach unten gekontert, also auch das wieder so eine Situation, wo ich wie hier oben schon sagen muss, dass das eher danach aussah, als geht der DAX weiter hoch zurück halt, also das, was er früh gemacht hat, hat er hier dann zum Abend hin auch mal gemacht, aber dann wieder Schwäche bekommen, also da war am Freitag definitiv nicht viel von Stärke zu sprechen, auch wenn natürlich Bewegung vom Tief bis zur 800 erstmal sehens- und nennenswert war. Die 800 bleibt Widerstand, sollte die 800 brechen nach oben, 13.800, gibt ihm Platz, gibt ihm Platz bis 13.870, 13.29, 13.870 bis 13.29, ich würde das so als mögliche Erholungszielzone auch zum Montag sehen, auch wenn die Amerikaner nicht da sind, wenn er oben rauspowert, also wenn er zum Beispiel um recht unverändert eröffnet, wenn er bei 13.77 öffnet, dann hätte er hier erstmal positives Momentum, weil er kommt ja physisch betrachtet von hier unten, das heißt er öffnet er um 13.760, 13.77, 8 Uhr, 9 Uhr, würde ich davon ausgehen, dass der erstmal nach oben drückt, nochmal an die 13.800 dran, da braucht er ein bisschen Zeit und dann geht er weiter an 13.870, 13.920, 13.930. Also das wäre so ein bisschen meine Grunderwartungshaltung. Ich überlege, ob ich euch da jetzt einen Pfeil mit reinsetze, der ist für mich durch, der DAX war da unten dran an der Zielzone um 13.650, die haben wir ja damals gesetzt, um dieses Kästchen hier, dieses blaue Kästchen, was wir auch gerade gemacht hatten, ins Ziel zu pressen, das hat er hingekriegt, wir lassen den Trigger mal noch hier, lassen das mal stehen, das ist nämlich auch wichtig, wenn er da nämlich drunter bleibt, jetzt hier, das ist schon nicht unbedingt positiv zu werten, aber es kann halt auch sein, da muss man drüber sprechen, dass das halt einfach nur eine stinknormale ABC war und die C hat halt immer hinten raus so ein bisschen Dynamik, das ist nicht ungewöhnlich halt, also das ist nicht ungewöhnlich, das ist eigentlich sogar Standard, das gehört dazu. Ja, in dem Moment wäre ich jetzt halt persönlich sehr, sehr, sehr aufmerksam und würde sehr, 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 sehr stark aufpassen, wenn der DAX jetzt nach oben ballert halt, ne. Ein bisschen kann man mal hier so auch das hier im Blick halten, ne, sowas macht der DAX sehr, sehr, sehr gerne von unten dann anzuschlagen, da sind wir dann bei 9.60, also wird das da oben ganz schön schwierig zu greifen, wenn man viele Bereiche hat, man hat die 8.70, die 9.30, die 9.60, das ist dann schon eine breitere Zone, weswegen ich sagen würde, dass ich persönlich es mir wahrscheinlich einfacher machen würde und in dem Moment, wo der DAX über 13.800 geht, Long suchen würde. Und dann kann ich mir aussuchen, nehme ich bei 8.70 schon was raus, wie schön steigt der denn, steigt der überhaupt oder dreht er hier direkt wieder nach unten, steigt er bis 9, dann kann ich vielleicht hier bei 8.70 einen Teilverkauf machen, vielleicht auf einen Stand dann sichern, den Rest probieren, ob ich durchkomme oder ob er von hier wieder drunter dreht, fände ich für mich einfacher und ansonsten ist das, was hier unterhalb jetzt aber passiert, unterhalb von 7.70 für mich auch, insbesondere bei roten Kerzen, eher ein Grund, vielleicht sogar einen Short dann nochmal zu suchen, also wenn der drückt, wenn ihr seht, dass da Stress noch drauf ist und der drückt nach unten, lasst ihn drücken halt, ne, also nicht da jetzt in falscher Überzeugung sterben, das gilt ja hoch wie Runde zu immer halt, ne, und dann da nicht zu wild dagegen stellen, also das ist ein interessanter Zielbereich jetzt erstmal noch, 6.70, 6.50 als auch die 5.70, aber der ist auch nicht davor gefeilt, hier mal kurz einen Bogen zu spannen halt, ne, oder also gerade hier so mal drunter tippen, unter das Tief, da liegen bestimmt ein paar K.Os, wir haben da auch einen K.O., einer von den K.O.-Scheinen liegt von uns ja auch hier unten, da werden wir nicht die Einzigen sein, die das gemacht haben und von daher wäre das für den auch attraktiv, da rein zu gehen. Das heißt, in dem Moment, wo der DAX sich zum Montag schwach zeigt, lasst ihn den Raum, ich erwarte nicht viel Bewegung, ich erwarte wirklich nicht viel Bewegung, aber man sollte drauf achten, wenn der richtig drückt, wenn er Stress drauf bringt, dann kann er ein bisschen laufen halt, unten wie oben, ne, also auch wenn die Amerikaner nicht da sind, meistens ist er dann am Nachmittag sehr ruhig, aber Vormittag kann er trotzdem laufen, wie er will halt, ne, also im europäischen Handel, dann wird man das bestimmt noch merken. So, das heißt, ähm, was wäre, was wäre, sag ich mal, neutral? Neutral wäre, wenn er zwischen 700 und 800 einfach zur Seite pendelt. Das wäre nicht sagend und dann würde der Dienstag entscheiden, könnte man den Montag ausklammern, weil wäre dann Tag, amerikanischer Feiertag, wird man dann ausklammern und dann den Dienstag genauer angucken und, ähm, zwischen 700 und 800, ne, alles, was drunter geht, das ist dann schon eher Verkaufssignal, alles, was drüber geht, wäre für mich kleines Kaufsignal sogar, ne, also würde ich mich schon versuchen, stark an der 7, äh, an der 13.800 und vielleicht an der 700 zu orientieren, ne, im Zweifel unter 57, na, schon noch gewisse Wahrscheinlichkeitsvorteile auf der Unterseite, ne, und dann können wir hier vielleicht, weiß nicht, ich würde, ich möchte jetzt hier eigentlich keine Träger reinnehmen, ich würde jetzt mit Montag erst mal angucken noch, was, was bleibt da jetzt von übrig, was hier Freitag gekommen ist, behält den Stress bei, äh, bringt er hier wirklich noch nach unten Druck rein, die Wochenkerze sieht auch katastrophal aus, ne, das ist ein bearish angle thing geworden, ähm, er hat es nicht ganz geschafft, seine Jahreseröffnung zu halten, ne, wir sind ja hier auf der Ebene um 7,44 reingekommen, das heißt, wir befinden uns noch im Jahresplus, ja, vom ersten, ersten Handelstag im Jahr, aber war schon mal ein Minus gewesen jetzt wieder, ja, das ist schon, ja, ignorieren sollte man es auch nicht, ne, das heißt, in dem Moment, wo der DAX jetzt unterhalb von dem Niveau weiter nach unten treibt, unter der 7,40, unter der 7,50, ist der DAX im Jahresminus und damit, trennseitig, hat er nach unten dann ein paar Chancen halt, ne, das, ignoriert das nicht, ignoriert das nicht, ne, aber wir gucken das mal, für mich ist das Markanteste und das Allerallerwichtigste, für mich ist für den Montag, dass wir hier ein potenzielles Korrekturmusterende haben und da will ich jetzt sehen, springt er jetzt darauf nach oben an, dann wird es für mich ein Long-Kandidat die nächsten Tage, die nächsten zwei, drei Wochen auch, ähm, springt er jetzt aber nicht drauf an, arbeitet er weiter unten und zeigt, dass ihm das scheißegal ist, dass hier ein ABC zu Ende sein kann, ähm, dann, ne, besuchen wir hier die nächsten Tage nach Shorts halt, ne, also, das muss, das, das sollte schon so dann auch rausgehen. Gut, Freunde, dann, hab ich mehr nicht zu sagen. Tagesschart können wir noch gucken, ist eine schöne lange rote Kerze bestimmt, also muss es ja sein, sehen wir ja hier schon, ne, wo er eröffnet und geschlossen hat, sehen wir hier, aber auf dem mittleren Bollinger Band einmal einen Dip geholt, wenn er das jetzt zum, also, wenn er jetzt zum Beispiel nach unten nochmal arbeitet, ans Tiefrand, vielleicht sogar kurz drunter geht und dann wieder einen Tagesschluss hier oben stellt, ich glaube, dann geht er Dienstag nach oben. Ansonsten ist jetzt hier unter, insbesondere unter dem Tagessief natürlich erstmal eine Umkehr denkbar, bis sogar hier in dem Bereich um knapp über der 13.100 rüber, ne, da haben wir auch einen 2-Stunden-Chart gesehen. Diese verlängerte Achse aus diesen zwei Punkten hier, so um 13.150, das wäre dann auch hier das Ziel, sieht man hier auch, sieht man hier auch gut. Ne, von daher unterschätzt das nicht, unterschätzt nicht, wenn er, wenn er weiter Stress drauf bringt und hier weiter rote Kerzen aufrechterhält, ne. Also wir sehen ja hier auch diese, diese, diese Flanke, die er hier offenbar nicht halten konnte, obwohl er sich jetzt hier längere Zeit drum bemüht hat, das zu machen. Er hat wunderschön an unser 14.100 reagiert, die hat man schon seit Monaten ein bisschen im Visier oben, also nein, das ist nicht richtig, haben wir nicht seit Monaten im Visier, aber es war zumindest immer oben so die Zielzone, 13.800, 14.100, wo ich ja auch im Jahresausblick, glaube ich, gesagt habe, für mich ist das noch so ein bisschen so die, 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 die Kante, ne, dass ich mir auch vorstellen könne, dass der DAX das ganze Jahr auch fällt und oben einfach nur die 14.100, 13.800 noch ein bisschen abholt nach der Jahreseröffnung und dann übergeht in den Sinkflug. Also das, das in dem Zusammenhang, das sind auch so Punkte, die sollte man für sich wahrnehmen halt, ne. Das heißt, es wird jetzt am Montag, wird sich jetzt wahrscheinlich, Montag, Dienstag wird sich entscheiden, entweder ABC und fertig und es geht wieder hoch, geht weiter hoch oder hier kommt jetzt ein Trendwechsel draus hervor. Also das kann diese Kerste durchaus implizieren halt, das kann sie, das kann sie beginnen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Chart-Situation auf jeden Fall, ne. Also da sollten auch diejenigen, die lange, lange, lange sich im Short verkämpft haben, dann aufpassen, dass sie dann nicht zu bullig auf einmal werden und jetzt hier anfangen, Long zu handeln. Im Zweifel handeln die dann die ganze Kiste, die sie vorher Short verloren haben, handeln die dann Long wieder Rückzug mit, ne. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden halt, ne. Und deswegen werde ich euch auch das jeden Tag erzählen, ne. In dem Moment, wo wir fette rote Kerzen sehen und der DAX nicht krass zeigt, dass er nach oben will, dass wir unten das Risiko einplanen halt, ne. Das kann ein Trendwechsel werden, die Impulsivität ist da. Wenn es jetzt nicht direkt ausgekontert wird, im Sinne von ABC Abschluss, fertig, dann sieht das ganz gut aus, den Montag klammern wir dafür ein bisschen ein, ich will den Sie klarzeitig nicht werten, also nicht dafür, weil die Amerikaner einfach nicht mit dabei sind, aber wir gucken. Also wenn das jetzt eine rote lange Kerze bis hier unten wird, also dann, haha, dann müssen wir den werten, ob wir wollen oder nicht, okay. Gut, ich mach hier aus, ich wünsche euch viel Erfolg, kommt gut rein in die neue Woche und viel Spaß und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. – Collectivität nicht. – – – – – Vielen Dank.